Herzlich Willkommen zum weiteren Video. Ganz kurz im Voraus, für die, die sich fragen, warum ich momentan doch keine Account Reviews regelmäßig hochlade, ich mache ja in Streams dann ständig Account Reviews und ich habe halt das Gefühl, das ein bisschen zu übersättigen. Außerdem, naja, komme ich immer nachts um 2 auf die Idee, Videos aufzunehmen und dann brauche ich irgendeinen Account und da ist keiner mehr wach, den ich fragen kann. Das heißt, ich versuche das mal besser zu organisieren und das dann immer wieder einzustreuen, aber einen festen Account Review Tag nehme ich jetzt raus, gerade wenn ich nur noch viermal die Woche hochlade. Lohnt sich das nicht, wenn ein Tag davon immer ein Review ist, dann, weiß nicht, lade ich lieber hin und wieder mal eins hoch und nicht dauerhaft immer konstant. Wie dem auch sei, heute gibt es eine weitere Top 10. Ich denke, das ist ein ganz nettes Format. Ich habe mir wieder eine wundervolle Top 10 überlegt und zwar diesmal die Top 10 der Buffer und Heiler, sprich die Helden, die kein Damage machen oder so, sondern im Team sind, damit die anderen Helden besser performen. Ich habe da Wiederbeleber, Heiler und, naja, eben Buffer reingenommen. Ihr werdet es ja sehen, die Liste ist meine Liste. Ich möchte bitte keinen dummen Kommentar lesen, das ist so und so und das ist doof. Wenn ihr eine andere Liste habt, mich würde es unheimlich interessieren, wie ihr das ranken würdet, wen ihr auf die Liste nehmen würdet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber das hier ist meine Liste, also das, was ich denke. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir legen einfach los. Und zwar mit der 10, wie immer. Und das ist in dem Fall der Baum. Der Baum ist für mich ein Heiler oder Wiederbeleber und Buffer. Der Baum holt eure Helden wieder, aber das ist eben nicht alles, was er macht, sondern die Helden, die er wiederholt, plus die Helden, die auf dem Feld sind, kriegen 75% weniger Damage. Das ist ein Riesen-Buff. Viel weniger Damage. Mit so einem Baum-Proc können eure Helden eigentlich kaum sterben. Also so ein Baum ist ein echt geiler Buffer. Man spielt den eigentlich aber nur im GK-Angriff, deshalb ist er auch so niedrig. Mit Wiederbeleben, Quick. Ganz ehrlich, die Verzauberung ist dann auch egal. Aber Baum hat es bei mir auf die Nummer 10 geschafft. Ganz schnelles Ding. Den spielt man nicht groß mit irgendwelchen Modi. Trotzdem, für mich, verdient auf der Liste. Weiter geht's mit meiner Nummer 9. Und das ist der Okkultist. Der Okkultist ist ein echt guter Buffer eigentlich. Und der wird viel zu wenig gespielt. Ich sehe den immer öfter hochkommen. Und der wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Stand jetzt, habe ich ihn selber noch nicht ausprobiert. Ich werde bald mal Tests mit dem starten. Nur ich bin der Meinung, der kann richtig geisteskrank gut eigentlich funktionieren. Also ich denke, der wird total unterschätzt. Wirklich. Er entfernt die Debuffs von 6 verbündeten Helden. Das heißt, eurem gesamten Team. Und hat ein Schild auf jeden von denen. Was quasi den kompletten erhaltenen Damage in Leben umwandelt. Das heißt, ihr habt quasi so einen Rampart- oder Pietät-Effekt auf eurem gesamten Team. Klar, bringt überhaupt nichts gegen den Düner. Aber während dieses Schild drauf ist, machen die Helden noch 110% mehr Damage. 110%. Das ist der größte Damage-Buff in diesem gesamten Spiel. Der Okkultist. Wer hätte es gedacht. Keine Sau benutzt den. Aber der macht einen riesen fetten Damage-Buff. Plus diesen Rampart-Effekt. Der halt nichts gegen den Düner bringt. Aber ich denke, der haut richtig geil rein. Außerdem hat er 50% Schadensreduktion eingebaut. Das heißt, er kann auch sehr, sehr gut überleben. Ich würde ihn persönlich spielen mit DD-HL oder was weiß ich, Steinau-HL. Irgendwas in die Richtung. HL stärken. Und eine HU. Kein Heilungs-Rotual, Leute. Habe ich einfach so drauf. Ich habe den noch nicht wirklich gebaut. Meine Empfehlung. So defensiv wie möglich. Wie eigentlich jeden Buffer. Ein Buffer soll ja nichts killen oder so. Der soll einfach leben, um seinen Benefit dem Team zu geben. Alles klar. Weiter geht es mit meiner Nummer 8. Und das ist die Athene. Die Athene ist für mich ein absoluter Top-Buffer. Die erhöht nämlich die Angriffsgeschwindigkeit der verbündeten Helden. Das weiß kaum jemand. Man nutzt sie eigentlich nur für die Energie. Aber sie erhöht die Angriffsgeschwindigkeit der verbündeten Helden um 75%. Und füllt die Energie von den Leuten auf. Das heißt, sie ist unverzichtbar in der Verteidigung, wenn man ohne Stärken spielen will. Deshalb ist Athene für mich auf jeden Fall auf der Liste. Aber dieser Angriffsgeschwindigkeitsbonus. Wenn man den mit einem PD kombiniert. Und was weiß ich. Einen Erbe oder so. Der Erbe greift dann so schnell an. Der haut so einen perversen Debuff raus. Da kann man in PvP ganz wilde Sachen machen. Also Athene bekommt auch immer mehr Einzug ins Endgame in Narsia. Wenn man einen Tankdüner legen will. Für mich ein verdienter Platz auf der Liste. Ohne die. Wie soll man da eine Base-Verteidigung-Chat spielen? Für mich ein verdienter Platz. Auf jeden Fall. Die Athene spielt man übrigens mit HL, Stärken, HÜ. Ganz simples Ding. Packt so viele Ausweichen wie möglich drauf. Die soll nicht sterben. Nicht so wie ich. 13k ist lächerlich. Also unter 20.000 Ausweichen kratzt ihr euch ständig ab. Danach habt ihr mit ein bisschen Glück die Möglichkeit, dass ihr überlebt. Aber Athene. Extrem squishy. Wenn ihr sie in PvP spielen wollt. DDHL. Steinaut HL. So defensiv wie möglich. Die soll einfach nur stehen. Alles klar. Weiter geht's mit meiner Nummer 7. Und das ist der Micha. Uralter Held. Extrem geiler Damage-Buffer. Und außerdem erhöht auch der die Angriffsgeschwindigkeit seiner Leute. Also auch mit Micha, Athene, PD. Da kann man so vogelwilde Sachen machen in PvP. So ein Tank-Düner kann heutzutage echt leicht abgeräumt werden. Also Micha. Für mich auf jeden Fall auf der Liste. Keine Frage. Man benutzt ihn momentan hauptsächlich in der Base-Verteidigung. Um den Damage zu buffen. Aber man kann ihn wie gesagt auch gegen so ein Tank-Düner benutzen oder so. Dann spielt ihn in der DEF mit HL-Stärken, HÜ. Oder wie ich jetzt für PvP. Mit HL und Stillerdeckung. Oder HL-Steinhaut. Oder irgendwas in die Richtung. DD braucht er nicht. Der macht kaum Damage. Aber mit dem habt ihr Spaß. Glaubt mir. Wenn ihr den richtig hochzieht und der lang genug steht. Ihr könnt mit der Athene und dem PD und dem Micha richtig, richtig gut DEF-Dünners wegklatschen. Das ist echt verrückt. Alles klar. Weiter geht's mit der Nummer 6. Das ist bei mir der Koloss. Koloss für mich ein absolut essentieller PvP-Held. Der hätte es auch durchaus höher auf die Liste schaffen können. Warum er es nicht geschafft hat, ist, naja, er macht nicht so viel. Der macht zwei Sachen. Viel mehr macht er dann noch nicht. Und leider ist eine davon halt heilen, was er auch nicht wirklich gut macht. Sprich, der macht 1500% Angriff, was ordentlich ist. Aber nur auf zwei verbündete Helden. Naja, also als Heiler würde ich den nicht spielen. Man spielt den für seinen Effekt, den Damage von seinen Teammates runterzunehmen. Sagen wir, ihr habt da, was weiß ich, einen PD stehen oder so. Irgendwas, was überleben soll. Der Koloss prockt auf den PD. Und der PD kriegt nur halb so viel Schaden. Und genau dafür spielen wir den Koloss. Das ist für mich ein Buff. Weil er kriegt ja weniger Damage, der PD dann. Er heilt außerdem noch ein bisschen, wie gesagt. Aber alles in allem ist dieser Effekt halt einzigartig im Spiel. Und macht ihn so geil. Ist aber halt nicht so riesengroß, wie jetzt bei anderen Leuten, die da drei verschiedene Sachen machen. Das bleibt bei mir auf der Nummer 6. Der könnte es aber auch auf die 1 schaffen. Also, jetzt kann man langsam alles hin und her wechseln. Die Top 6 ist eigentlich, naja, nach Präferenz. Nen Koloss spielt man mit HL, Stärken, HÜ. Man kann auch HL Steinhaut spielen. Man kann auch HL stille Deckung spielen oder so. Der D braucht er nicht. Der macht kein Damage. Aber ich bin für Stärken. Der muss procken und der muss schnell procken. Bevor der Gegnerische Dünner prockt, der soll ja die Leute am Leben halten. Wenn der Gegnerische Dünner schon das halbe Team weggeknallt hat und der Koloss dann erst was macht, dann macht er nicht mehr allzu viel. Alles klar. Damit sind wir auch schon halb durch. Und jetzt sind wir bei meiner Nummer 5, was der Runenmeister ist. Für mich, naja, ein Top-Buffer. Der könnte auch auf die 1. Der könnte überall dahingeschoben werden. Ein absolut geiler Held. Und der macht ganz viele Sachen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Buff-Fähigkeiten. Der Debuff nämlich auch ordentlich. Was er aber macht, ist, alle Debuffs von den verbündeten Helden entfernen und die Krit-Rate zu erhöhen. Die Krit-Rate um 60%. Das ist geisteskrank. Ein Krit-Dünner mit einem Runenmeister. Absolut geile Kombo. Der entfernt euch alle Debuffs. Und zusätzlich haut der auch noch richtig, richtig miese Kritz raus, der Dünner dann. Mit einem Runenmeister macht das extrem Spaß. Ich persönlich spiele ihn aber nicht mehr. Deshalb ist er jetzt auf der 5 und nicht auf der 2 oder 3 oder 1 oder was weiß ich. Irgendwo auf die Liste gehört er. Jetzt ist es Platz 5 geworden. Denn Runenmeister spielt man mit Steinaut HL. Stell der Deckung HL. Ich persönlich bin eindeutig für Steinaut HL. Ich habe ihn nur noch nicht umgebaut, weil ich ihn nicht benutze. Und eine Hü dazu. Ganz simples Ding. Dann macht er, was er soll. So defensiv wie möglich. Der soll kein Damage machen. Der hat zwar Damage im Skill mit drin. Scheiß da drauf. Der soll nur Debuffen und Buffen. Das bringt uns auch schon zu Nummer 4. Die Wasserheilige. Ein essentieller Heiler. Ein essentieller Damage-Booster. Für mich auch eine gute 1. Wie bei jedem anderen Helden davor gefühlt. Man kann die Top 6 wirklich einfach rumschieben, wie man will. Die anderen kommen definitiv nicht ganz an die 6 ran. Aber die WH kann genauso auf die 1. Naja. Was macht die WH? Sie stellt die LP in Höhe von 2000% des Angriffs auf alle Gegner in der Reichweite wieder her. Das limitiert sie so ein bisschen. Und das hat sie auch auf der 4. Weil sie halt in der Reichweite bufft und heilt. Wenn sie alle heilen würde auf dem Feld, wäre die absolut OP. Was sie aber macht, ist die Leute in der Nähe um 2000% zu heilen. Und ihren Angriff um 60% zu erhöhen. 60%. Eine Wasserheilige in der Arena hinter eurem Düner. Das werdet ihr übrigens immer sehen, sobald ihr in der Top 30 oder 40 seid. Ist richtig, richtig geil. Also die räumt komplett ab. Die ballert absolut raus auch. Macht sogar noch Damage. Aber sie heilt den Düner gegen. Und gibt ihm noch einen extremen Damage-Boost. Was der gebrauchen kann, um Tankhelden vom Gegner da zu kriegen. Also eine Wasserheilige ist für mich unverzichtbar. Mega geiler Held. Ich spiele sie mit DD, HL, HÜ, OBR. Kann man mit Steinaut-HL spielen. Kann man mit HL-Stärken spielen. Wie gefühlt jeden Buffer. Die spielen dann eigentlich alle gleich. Die sollen einfach nur überleben und proggen. Das sind die einzigen zwei Aufgaben, die so ein Buffer machen soll. Damage oder so könnt ihr komplett vernachlässigen. Alles klar. Wir sind bei der Top 3 angelangt. Und jeder, der irgendwie Ahnung vom Spiel hat, weiß genau, welche drei Helden noch offen sind. Und die Nummer 3 macht bei mir der Waller. Ich würde ihn gerne höher ranken. Es ist eigentlich einer meiner Lieblingshelden. Aber der erste ist unangefochten. Der zweite, man könnte es wechseln. Wie gesagt, es ist total egal. Waller für mich muss eigentlich in die Top 3. Der ist einfach geil. Der Waller debufft ordentlich. Aber darauf konzentrieren wir uns wie immer nicht. Aber er heilt über den Zeitraum von 3 Sekunden alle Gegner aus dem eigenen Team. Also 6. Um 1920% Angriff. Sprich, fast genauso viel wie die Wasserheilige. Aber alle auf dem Feld. Und nicht nur die in der Reichweite. Außerdem erhöht er ihren Angriff um 42%. Das ist nicht ganz so viel wie bei der Wasserheiligen. Also er macht ein bisschen weniger Angriffsboost. Ein bisschen weniger Heilung. Aber halt dafür auf alle Helden. Das finde ich persönlich eigentlich fast stärker. Ich finde, man braucht eigentlich beide in einem Team. Die Boost sind wir beide gerne mit. Für mich gehört der Waller da ganz eindeutig hin. Ist der beste Heiler im Spiel. Also der heilt definitiv besser als die Wasserheilige. Gerade weil er eben alle auf dem Feld trifft und nicht direkt daneben stehen muss. Das ist einfach das, was ihm so ein bisschen den Vorsprung gegenüber der Wasserheiligen gibt. Spielen tut man den Guten mit HL, Stärken, irgendeiner Rüstung oder sogar dieses Ausweichenwappen. Irgendwas in die Richtung, was ihn am Leben hält. Und eine HÜ dazu. Wie bei jedem Helden. HÜ hält Leute am Leben. Was wollt ihr bei einem Buffer? Dass sie ihr Leben bleiben. Also gebt ihr ihnen eine HÜ. Überhaupt keine Frage. Alles klar. Damit sind wir bei der Top 2. Und ich denke, hier ist jetzt ganz simpel, was kommt. Rampart. Keine Frage. Rampart ist für mich, naja, einer der besten 5 im Spiel. Jetzt in der Liste auf der 2. Könnte man wechseln. Wie ich es bei jedem anderen Helden sage. Wie auch immer. Ein Rampart ist ein Wiederbeleber. Der Rampart holt eure Helden wieder, wenn die tot sind. Irre wichtig. Ohne denen geht gar nichts in die Arena. Deshalb ist er so hoch. Weil die anderen Helden es alles nicht machen. Außer der Baum. Aber den spielt man halt nicht. Der Rampart ist der Wiederbeleber in der Arena. Ohne ein Rampart gibt es kein funktionierendes Arena-Team. Geht einfach nicht. Der ist einfach essentiell. Er stellt die LP von 3 verbündeten Helden um 600% des Angriffs wieder her. Jede Sekunde. Das heißt, er hat insgesamt eine Heilung von 2400%. Das ist schon ordentlich. Es ist halt auch nur auf 3 Helden. Deshalb war er immer noch der beste Heiler im Spiel. Aber es ist ein richtig ordentlicher Heal. Also der heilt eure Leute wieder voll. Außerdem haut er auf jeden dieser Leute ein Schild, das 32% des Erliebenden in Schaden reflektiert. Das ist richtig viel. Also dadurch forst ihr quasi auf jeden Damage, die da im Gegner-Team ein Reflect-Cip, ohne dass ihr Flammenwache spielt oder so. Einfach weil der Rampart mit dem Reflect reicht, dass ein Dünner sich rundschotten könnte zum Beispiel. Ist verrückt. Macht, wenn man es nachrechnet, auch nicht viel Sinn. Aber es klappt genau so. Dieses Schild, dieses Wiederbeleben und diese enorme Heilung macht für mich einfach einen Top-Helden aus dem. Außerdem kann der unheimlich gut stehen. Für mich gehört Rampart eindeutig zum besten Heiler oder zum besten Wiederbeleber im Spiel. Er ist jetzt auf der 2. Man könnte ihn auch auf die 1 schieben, wie jeden anderen aus der Top-6. Einen Rampart spielt man mit Steiner und HL. HL Stärken. Irgendwas in die Richtung, die D brauchen auf gar keinen Fall. Man kann den voll auf Dodge spielen, dann mit so einem Dodge-Wappen. Ich habe ihn auf Crit-Widerstand mit so einem Rüstungs-Ding halt, damit er noch mehr Damage-Reduction bekommt. Das reduziert seinen Angriff. Aber ich scheiße auf den Heal beim Rampart. Der Waller heilt, die Wasserheilige heilt. Alle Helden von mir werden voll geheilt. Dann macht der Rampart halt nicht ganz so viel hier. Der soll einfach überleben. Es ist so wichtig. Der hat bei mir noch eine HÜ. Also wie immer, Steinaut, HL, HÜ. Der steht. Der macht sein Ding. Genau so spielt man in Rampart. Ich denke, viele andere Builds gibt es nicht wirklich. So, wir sind bei der Nummer 1 angekommen. Für mich der beste Buffer im Spiel. Wobei ich, ganz ehrlich, lieber einen Waller oben sehen würde. Man könnte es umtauschen. Man kann aber auch genau so die Reihenfolge vertreten, schätze ich. PD auf der 1. Ein irre alter Held. Der Skill ist 4 Zeilen lang. Trotzdem steht da so viel drin, was so wichtig ist, dass der PD einfach absolut geil ist. Er erhöht den Angriff, die Angriffsrate und die Bewegungsgeschwindigkeit, was scheißegal ist, um 67%. Ihr habt ein 67% Buff von beidem. Das bedeutet, eure Helden greifen viel schneller an, auch der PD, und machen mehr Damage. Der PD hat aber keinen Cap oder keinen Cooldown oder so. Das heißt, der stackt sich munter weiter hoch. Das heißt, ihr habt dann ganz schnell nicht 67% mehr Angriff auf eurem Dünner oder so, sondern 500 oder so. So ein PD kann, glaube ich, einen Maximal-Stack von 8 bis 10 erreichen, schätze ich jetzt mal, in dem PvP-Szenario. Mit den richtigen Talenten und mit den richtigen Verzauberungen kann der gegen so ein Art-Steam, glaube ich, noch höher stacken. Aber was der mit Gegnern macht, ist crazy. Also, wenn ihr einen Dev-Dunner nicht Daumen bekommt, nehmt ihr einen PD mit. Wenn ihr Art-Steam spielen wollt, nehmt ihr einen PD mit. Wenn ihr Mesa spielen wollt, PD, 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 PD. Es ist einfach unverzichtbar. Genau wie der Rampart in der Arena ist der PD sonst eigentlich gefühlt überall unverzichtbar. Man kann ihn aber sogar auch in der Arena spielen. Gerade wenn man eben gegen Gegner kommt, die einen Tank-Dunner spielen. Und keinen Dunner, der unbedingt killt direkt. Weil wenn ihr jemanden nicht tot bekommt, nehmt ihr einen PD mit. Ganz simples Ding. Im PvP spielt man den Gut mit Heil, Stärken und Hyper-Stärke. Das klingt ein bisschen dumm, weil der stirbt echt schnell weg. Aber das ist scheißegal, weil sobald der einen Helden erreicht, ist der direkt Full-Stack. Der kriegt ein HL, damit er ein bisschen Survivability hat. Stärken, damit seine Energie direkt wieder voll geht. Hyper-Stärke, damit er mit jedem Schlag noch mehr Energie bekommt. Und dann habt ihr ganz schnell eine maximale Stack. Dann soll er halt danach sterben. Bis dann ist der Gegner, steht der dann eh tot. Also ich spiele ihn so und ich kann nicht sagen, es funktioniert einwandfrei. Ich räume in der Arena alles weg mit dem. Absolut geiler Held. Und Nostalgie-Bonus. Das ist der PD. Der Held, den wir früher alle haben wollten, wo Leute tausende Euros für gecashed haben, um den zu rollen. Der einem heute hinterher geworfen wird, das ist nicht mehr feierlich. Wir alle lieben ihn. Keine Frage. So, das war es aber auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und einen kleinen Aufschluss gegeben. Ich denke, die 10 Helden lohnen sich alle hochzuziehen. Ich denke, ein Okkultes zum Beispiel oder ein Baum kann man noch ein bisschen unten lassen. Gerade ein Baum muss man eigentlich nie hochziehen. Der wird nicht besser, weil er irgendwie Durchbruch 30 ist. Der macht genau dasselbe auf Durchbruch 1 wie auf Durchbruch 30. Also lasst den schön hinten. Zieht euch den Rest hoch. Die lohnen sich alle. Die sind alle geil. Die haben alle eigene Verwendungen. Ich bin mir sicher, so ein Okkultes ist bald absolut OP in der Arena. So eine Athene habe ich in der Arena schon gesehen. Da gibt es super viele Möglichkeiten. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.